Jö, wieder, 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 am Eingang an der Minen. Obwohl, wir könnten eigentlich hier... Äh... Im Aufbau. Warum im Aufbau? Zukünftiger Standort der Abkürzungsstation. Triff dich mit mir am Ende der Minen, wenn du mir helfen willst. Tunnelmann. Ja, wir haben Tunnelmann nur schon gefunden. Wir haben auch schon eine Bombe in die Hand gedrückt und ein Seil und überhaupt. Ist jetzt komisch, muss ich dir mehrmals Bomben geben? Könnte natürlich auch sein. Ich hoffe mal, der ist jetzt noch am Ende der Minen und ist jetzt nicht am Ende der nächsten... Also am Ende des Dschungels. Das wäre jetzt nicht so schön. Ich hätte mir gerade überlegt, wir könnten doch einfach mal die Minen überspringen und gleich in den Dschungel gehen. Einfach um da Dingens zu üben. Also die ganzen neuen Fallen und Gegner und so weiter. Und war die Strichliste hier vor meiner Nase schon immer da? Das wäre ein richtig geiles Feature. Wenn dann nach und nach mal mehr Striche dazu kommen, bis die ganze Wand hier irgendwann voll ist. Aber gut, wir wollen üben. Dann haben wir es jetzt hier. Geht halt nicht anders. Toc, toc, toc. So. Gleich ein Goldpaar vor der Nase. Das ist ein guter Anfang. Sing. Du bist tot. Hier geht es gar nicht lang. Oh. Sieht da echt schön aus. Ich versuche da, glaube ich, mal hinzukommen. Was ist da unten? Unten ist die Falle. Kann ich, wenn ich jetzt hier runterfalle? Ja, kann ich. Sehr schön. Jetzt muss ich hier durch. Hä? Gibt es da keinen ordentlichen Zugang? Sein finde ich da oben links hinten. Das sieht nicht so aus, wenn es Zugang geben würde. Sie muss jetzt doch wieder zurück. Komm. Priorität. Priorität. Wir müssen erst mal die Blondine finden. Oh, Papa. Sowas macht doch Spaß. So. Dich nehmen wir auch mal mit. Plupp. Die Falle wird nichts bringen, denn sie wird im Spinnennetz hängen bleiben. Heißt, ich kann hier jetzt einfach so runterhopsen? Komm ich da hoch? Nein. So, das ist jetzt nicht so schön. Ich probiere mal, hier eine Bombe zu legen. Oh, das ist zu nah dran. Nö, fast nicht. Okay. Sehr schön. Dann kommst du jetzt mal bitte mit. Das kleine bisschen Gold sacken wir auch noch ein. Ja, schade um die Kiste oben und um die zwei Edelstellen, die da oben lagen. Wenn ich mich recht erinnere. Aber geht ja nicht anders. So, Rainer. Ziehen. Und schnell weg. Ja, genau. Du wolltest mich schon anspringen. Mag ich gar nicht. Aber sehr gut. Für den Anfang. Wir haben kein Leben verloren. Wir haben Leben dazu bekommen und wir haben schon Gold gemacht. Oh, und ein Shop. Das bietet sich doch super an. Bombenkiste. 10.000. Das ist übel. Nee, komm. Wir kaufen einfach nur Bomben und Bomben. Wir haben ganz schön viele Stacheln hier. Da ist auch gar nichts. Da ist Kali. Oder ihr Schwein. Schwing. Und ich habe eine Blu-Ninie gehört. Gucken wir jetzt mal nach rechts. Da brauchen wir irgendwas zum runterwerfen. Den Stein da hinten. So, hoch. Rüber. Du kommst mit. Du plumpst hier mal runter. Und plumpst daneben. Du plumpst hier mal. Mist. Okay, dann halt so. Geh mir die doofe Falle. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Wenn du die Wahl hast, einen Stein zu schmeißen. Okay, weg von mir. Wenn du die Wahl hast, einen Stein zu schmeißen oder die Peitsche zu benutzen. Benutz die verdammte Peitsche. Und komm schon. Nein. So, du musst mit. Du. So. Du müsstest jetzt noch zwei Leben haben. Sehr gut. Heißt, wir kriegen gleich wieder unsere vier Herzen zusammen. Denn es ist fast so, als wenn nichts passiert wäre. Können wir vorher noch irgendwo Gold abgrasen? Nicht so wirklich. Kriegen wir nicht. Nö. Nee, komm. Nicht rumalbern. Gleich kommt der Geist. Und das wäre nicht so schön. Also rein. Vier Herzchen. Genug Gold für den Grappshandschuh. Können wir irgendwo einen Händler finden. Und irks. Da ist schon mal ein Steinmensch. Ich höre irgendwo eine Blondine. Oh, eine Kiste. Nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich nur die Kiste aufmachen. So, da ist die Blondine. Licht an. Zing. So, du musst mit. Wir müssen mal gucken, was da unten ist. Da unten ist eine Schlange. Und eine warme. Weg, weg, weg. Zwei Leben. So, du lauf erstmal eine Weile hier panisch rum her. Das ist okay. Wir machen derweil Licht an. Nein. Wir machen derweil Licht an. Da ist auch noch eine Spinne oben. Ja gut, du musst jetzt mit. Oh, obwohl, warte mal. Wir können die Spinne da ignorieren. Wenn wir uns hier durchbomben. So. Mitkommen. Mitkommen. Wo ist unsere Fackel gelandet? Was ist da oben? Nee, da kommen wir her. Das ist sehr ungemütlich. Ist hier nichts. Oh. Stachel, Stachel. Oh. Ist hier irgendwo hinaus? Gar. Tot. Wieso tot? Ich hatte doch zwei Herzen, oder? Nee. Na gut. Auf keinen Fall die Fackel loslassen. Das habe ich gelernt. Und schon kann ich damit rumschmeißen. Weil man denkt, man finden sie schon irgendwie wieder. Aber gut, wir wollen jetzt raus hier. Und wir wollen jetzt die Daily versuchen. Hoffentlich kommen wir da ein wenig besser voran. Erstmal als das Leben jetzt. Und auch als gestern. Weil es spielen ja doch inzwischen ein paar mehr Leute. Auf meiner Freundesliste das Spiel. Und die sind teilweise richtig gut. Das heißt, ich muss da jetzt ziemlich vorsichtig sein. Hier geht es gar nicht weiter. So. Ja, das war knapp. Ja, du kannst schön da bleiben. Eine Spinne da oben. Du bist kaputt. So weit schon mal gut. Aber ich habe noch keine Blondine gesehen. Hör mal, gucken wir mal runter. Ne, da ist der Ausgang. Also unten links. Ausgang. Spreien. Du wirst nicht auf uns schießen können. Wir sind so weit unten. Richtig. Oh ja. Das Level ist ja schön bisher für uns. So. Du. Komm mit. Dann hätten wir gerne die... Kiste hier. Dann hätten wir gerne das Gold da. Dann die Edelsteine. Ja. Ja. 13.800. Das ist schön. Dann kommst du mal bitte mit. So. Den stecken wir mir hier lassen. Du musst aber mit. Keine Spinnen oben. Keine Schussfallen. Kein gar nichts. Da ist eine Sp... Boah. Komm her. Vorsichtig. Ja. Ein Schlag hält es aus. Ist okay. Kein Skelett. Oben ist noch eine Falle. Die müssen wir nicht auslösen. Und raus hier. Sehr, sehr schön. Fünf Herzen. 19.000 Gold. Ich glaube, es ist jetzt schon besser als das letzte Mal auf der Daily Liste. Okay. Bloß nichts ausgeben. Möglichst viel wiederbekommen. Dazu bekommen. Da ist schon mal eine Falle. Hier ist... Ich hätte das Ding benutzen sollen, um Fallen auszulösen. Okay. Dann benutzen wir halt eine Bombe. Nicht die Kiste. Oh. Die Kiste hält das aus. Das wäre ein Glückstreffer. Auch gleich den Weg zur Blondine freigesprengt. Ja, ja. Wir nehmen dich gleich mit. Aber erst mal. Oh. Wollte dich nicht mit der Kiste erschlagen. Es tut mir leid. So. Du kommst mit. Du kommst mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns beeilen sollten. Aber wir haben so viel Zeit noch gar nicht hier verbraucht. Egal. Hier. Mist. Ja gut. Ja gut. Bleibt doch so. Da unten ist es. Da unten ist es fehlt. Da unten ist es fehlt. Da unten ist es. Da unten ist es glätt. Du gehst weg. Dann hätten wir gerne dich, um zu gucken, was drin ist. Das ist ein Mini-Klümpchen. Nix. Da unten ist es glätt. Dann hätten wir gerne dich, um zu gucken, was drin ist. Das ist ein Mini-Klümpchen. So, da ist eine Falle, da ist eine Bombe. Das ist mir alles zu risikoreich. Wir gehen gleich runter und raus. Und dann haben wir sechs Herzen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und 26.000. Bitte, bitte lass mich nicht auf der zweiten Seite sein. Irgendwo auf der ersten Seite wäre schon schön. So. Skelett. Nein. Irgendwo ist was explodiert. Und da oben ist eine Spinne. Komm mal runter hier, Spinne. Ja, genau. Du. Tod. So. Haben wir hier noch was? Ja, haben wir. Goldkisten und eine Falle, der ganz schön garstig ist. Ne. Ist du ein Skelett? Nein. Eine Vase. Oh, da ist ein Küsschenstand. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte das da nicht ausgeben. Das kostet 10.000. Dann habe ich die Punkte nicht für die besten Liste. So. Gut, kaputt. Oh, den nehme ich mit. Schön vorsichtig. Ja. Ja. Die töten Instant. Instant ist nicht so schön. Oh, da unten ist richtig viel. Da will ich hin. Sprengen wir uns mal hier durch. Wenn ich das hier hinlege, müsste ich eigentlich in beide Gebiete reinkommen. Oh. Genau. Die Tiefhalle müssen wir noch auslösen und die da unten auch. Das machen wir mit der Kiste. Sehr gut. Oh ja, doch. Langsam, langsam. Kommen wir hier im Spiel auch zurecht. Und die Falle da wurde auch schon ausgelöst. So, wenn das hier der Küsschenstand ist, wo ist dann die reguläre Blondine? So, Spinne kommt mir hinterher. Komm, spring. Kaputt. Oh, Noah. Sehr schön. Fledermausdorf ignoriere ich. Ich sehe keine Blondine. Na gut, was soll jetzt raus hier? Ich will jetzt nicht irgendwo in eine Falle laufen, nur weil ich auf Blondinen starre. Das ist nicht so toll. Und das läuft gerade richtig gut. Also, wie gesagt, nichts riskieren. Ich höre Schlangen. Ja. Ja. Fledermausdorf. Nächste Fledermausdorf. So. Da ist die Blondine. Und zwei Kisten und Überhaut. Ah, okay, geht doch. Wollen wir vorher noch woanders hin? Oh ja, das sind Edelsteine. Zwei Edelsteine. So, wie viele Punkte hatte letztes Mal der Isolation der Beste auf Platz 1 mit 300er auf der Weltrangliste? Ich glaube, der hatte auch nur 100.000 oder so. Das klingt ja glatt machbar. So, erst mal müssen wir die Falle auslösen. So. Da war irgendeine Pistole drin. Dann muss die Spinde da sterben. Dann brauchen wir dich. Oh. Dann brauchen wir dich. Nein. Ich kriegst du nicht. Nicht lebendig. Äh, vorsehen nicht. Habs. Ne, komm. Ah, die wurden schon ausgelöst. Okay. So, wie konnten wir jetzt nach unten ein Seil schmeißen? Das war nach oben. Oh. Die. Wird hier gar nicht von Schlangen angegriffen. Oh. Sehr schön. So, ähm, die Netzpistole benutzen wir nicht. Das war was komisches. Wir wollen allerdings dich mal ganz kurz in Sicherheit bringen. Relativ. Denn hier war... Oh, oh. Überlebst du es? Überlebst du es? Ich glaube schon. Sehr gut. So, hier durch. Dich hinschmeißen. Du bist gar keine Netzpistole, weil wir haben einen neuen Tagebureintrag bekommen. Okay. Dann... Was zur Hölle bist du? Was zur Hölle bist du? Steve kaufen. Okay. Edward, ganz dir. Wir nehmen dich mit und gehen raus. Was zur Hölle ist ein Steve? Und der Bombermann ist nicht da. Gut, dass sie nicht auch noch Steve knütscht. Das wäre ein wenig komisch geworden. 41.000. Richtig schön viel Herzen. Steve. Spitzhacke. Und... Ein Frosch hat mir platt gemacht. Richtig. Ein explodierender Frosch. Verdammt normal. Okay. Wir haben dazugelernt, rote Frösche explodieren. Und instant. Das ist so gemein. Wir hatten sechs Herzen. Und ich konnte nicht rausfinden, was Steve macht. Ich glaube, der hat auch gepeitscht. Was ja auch ganz praktisch war. Und für 8.000 echte Schnäppchen. Aber gut. Gucken wir, wie weit ich gekommen bin. Hey. Platz drei. Sehr schön. Haben wir doch inzwischen ein paar. Null. Äh. Okay. Aber ja. Das, wie gesagt. Abgesehen von dem Ende. Was mich wirklich zu der Vermutung führt, dass ich wesentlich öfters im Dunn, äh Quatsch, im Dschungel üben sollte. Aber wir kommen ja nicht hin, weil der komische Spreng immer nicht da ist. Aber wenn wir das irgendwie hinkriegen, sollten wir öfters mal direkt im Dschungel anfangen. Einfach nur, um alle Monster kennenzulernen, alle Fallen und so weiter. Damit genau sowas nicht passiert. Aber gut. Jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.